Taxi Müller, bitte einsteigen! MySports-Moderator Reto Müller macht den Chauffeur für die Hockeystars. Dieses Mal mit an Bord Joe Thornton. Die NHL-Legende ist zurück beim HC Davos. Während der Taxifahrt hat der charismatische Superstar aus Kanada einiges zu erzählen. Charmant, lustig, aber auch tiefgründig. Big Joe ist eine Marke. Taxi Müller mit Joe Thornton am Freitag nach dem Backcheck auf MySportsOne.